Und gerade stehen, die Augen links, die Augen rechts und die Augen geradeaus in die Laterna Magica und rühren. Ein herzliches Grüß Gott aus der deutschen Brat- und Backstube, die deutsche Kochschau für das deutsche Mädel, die deutsche Frau. Heute kochen wir Nussbüree mit Dill. Erst die Nuss, dann das Püree, dann das Dill. In dieser Reihenfolge, kleine Ersitzbrücke, NPD. Dazu brauchen wir eine Nuss. Oh, eine gute Nuss. Ist das eine gute Nuss? Eine gute Nuss? Ja! Eine gute Nuss. Diese Nuss müssen wir rommeln. Jawohl. Am besten mit einem Sieb. Jawohl. Wollt ihr das kleine Sieb? Oder wollt ihr das totale Sieb? Ich will das totale Sieb!